Ja, guten Morgen. Warum? Ich erzähle nicht ganz genau das, was angekündigt worden ist. Ich habe meinen Vortrag vorgestern im Zug nach Holland gemacht, weil mein Vater gestorben ist. Ich habe es aber gestern dann auch wieder zurückgeschafft. Es war ja so geplant, dass wir hin und her fahren würden. Deswegen gibt es ja auch einen kleinen Schreibfehler im Vortrag. Also alle, die jetzt denken, dass Serendipity, Serendipity geschrieben wird und jetzt verwirrt sind, dass ich das anders schreibe. Ich habe es einfach nie mehr gepackt. Und ja, DIN und keine Zufälle. Ich habe angefangen an der Königlichen Akademie in Den Haag. Bei Gerhard Nordseil habe ich Schriftgestaltung gelernt, unter anderem. Also er war ja nur ein von acht Dozenten oder ein von zehn. Und ich hatte mich immer für Schrift interessiert. Und ich habe auch in meiner Mappe so komisch gezeichnete Buchstaben in Jimi Hendrix Stil und so mitgenommen zur Kunstakademie. Und ich wusste natürlich nicht, wem mich da erwartet und was das mit auf sich hatte. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bevor ich das verstanden habe. Und das ist, denke ich, mein erstes Fall von Serendipity gewesen, dass ich etwas gerne machen möchte, nicht wusste, wo es hinging und dann auf einen der besten Dozenten überhaupt getroffen bin. Links ist ein typografisches Universum. Deswegen trage ich ab und zu dieses T-Shirt. Da ist natürlich ein A drauf und kein A. Ja, genau, das ist das T-Shirt. Das hat Jakob Runge gemacht, euch bekannt von FF Franziska wahrscheinlich, einer meiner Studenten. Ja, Gerhard Nordseil hat uns als Studenten oft mitgenommen auf ATP-Kongresse. Das war das erste Mal, dass ich in Hamburg gewesen bin. Das war 1985. Und ja, da gab es so einen Austausch zwischen Kollegen und wir durften aus kleinen Studenten mitlaufen. Ja, man konnte schon sehen, dass da eine gewisse Vorbestimmung war. Also wir durften zusammen mit sechs anderen Studenten aus Den Haag eine Schrift zeichnen. Jeder hat zwei Buchstaben bekommen und das wurde dann bei der Firma ScanGraphic damals eingescannt. Und daraus wurde ein Testfond gemacht. Und eigentlich sollten wir zwei Wörter zeichnen, aber wir haben es zum zweiten Wort nicht mehr geschafft, weil es abends ganz spät wurde. Zum Glück hatte ich, das ist mein zweiter Fall, also jetzt für den Vortrag den ersten. Ihr seht jetzt den Schreibfehler. Das ist nämlich das Olivgrün von der Firma ScanGraphic. Alle Möbel und alle Satzmaschinen, die da gebaut wurden, waren in dieser Farbe. Und ich hatte nämlich zufälligerweise das Ding dabei. Das war ja sogar ein ganzes Alphabet. Und das ist so, wie man damals Schriften entworfen hat. Also man hat große Zeichnungen gemacht, ungefähr so groß. Die hat man auf der Reprogramma dann verkleinert. Dann wird es positiv, negativ. Und dann macht man davon wieder eine Aufnahme und dann hat man das so klein gehabt. Und dann hat man so eine Ahnung davon gehabt, wie eine Schrift in neun Punkten aussehen würde oder zehn. Das war immer nur so ein Satz mit den Buchstaben, den man gerade hatte. Das ist noch nicht mal das ganze Alphabet. Ja, und mein Glück war, dass bei der Firma ScanGraphic, die uns da das vorgeführt haben, dass da Vogel Küster war. Der war damals Type Director. Und der hat gesagt, von da, das ist eine interessante Schrift, die du da gemacht hast. Guck mal. Nee, sorry. Wie meine aussieht. Und die ein bisschen Ahnung von Schriftgestaltung haben, werden beide sehen, dass das auch eine humanistische Grotesk ist. Da hat man ein bisschen mehr Details reingearbeitet als ich. Ich habe versucht, das so schlicht wie möglich zu machen. Er hat versucht, so viel wie möglich Verschiedenheit, also ein Spannungsfeld aufzubauen in seiner Gestaltung. Ja, deswegen konnten wir eigentlich gleich ganz gut miteinander, weil wir genau wussten, worüber wir reden, obwohl wir verschiedene Ansichten hatten. Und auch meine Schrift wurde dann aber nur das Testwort eingescannt. Und ja, das war damals etwas ganz Besonderes, dass man innerhalb von wenigen Stunden, die Buchstaben wurden einzeln eingescannt, wurden in ein Fund eingebaut und dann auf die Satzmaschine geschickt mit so einem kleinen Testjob. Und dann kam das da raus auf das Fotopapier damals. Also das ist viel besser als der beste Laserdrucker, den es heute gibt. Also früher konnten wir unsere Schriften eigentlich viel besser testen als heute. Ein bisschen umständlicher als gleich am Bildschirm, aber mal einen Überblick. Diesen Überblick hat man in der Auflösung auf dem Bildschirm nicht und auf dem Laserdrucker auch nicht. Das gibt es nicht mehr. Das ist weg. Also nicht alle Dinge werden besser, manche Dinge werden nur anders. Ja, das war eine schöne Zeit. Einer der wichtigsten Produkte, die wir damals gemacht haben, waren die sogenannten Supertypes. Das waren Schriften, die nicht mehr im Pixel aufgelöst wurden, aber die in einer Konturbeschreibung gemacht wurden. Das war damals ein hoch aufgelöstes Vektorformat. Also du hast ja für ein U meinetwegen so, da sind vier Kurven drin hier. Und das sind, denke ich mal, so 200 Faktoren, die man dafür benutzt. Die sind so kurz, dass man sie nicht sieht. Das reicht für eine Schriftgröße bis 90 Millimeter Fasalhöhe. Ja, dafür hatte man ein System programmiert, was Schriften in Outlines wandert und das man am Bildschirm bearbeiten kann. Das war natürlich alles viel zu langsam, viel zu kompliziert. Und ja, es bedarf dann auch noch Leute, die das können. Davon gibt es natürlich in Naturgemeinen nicht so viele. Und in der Zeit haben wir dann angefangen, Schriften bei der Firma UBW einzukaufen. Und derjenige, der all diese Schriften damals für uns korrigiert hat und ausgeliefert hat, und das war Achatz Reus, der sitzt jetzt hier. Das war auch so eine Art Glücksfall, dass wir da jemand in der anderen Firma hatten, unser Lieferant, der ja ziemlich genau geahnt hat, was ich wollte, wenn ich rote Striche machte. Das kann auch nicht jeder, aber das kam immer sehr gut zurück. Ja, und daraus kam der zweite Glücksfall. Also ich hatte lange Zeit mit Achatz zusammengearbeitet und hatte so ein bisschen Ahnung von da, was die bei der Firma UBW damals gemacht haben. ScanGraphic produzierte, ja, selbstgebaute Fotosatzsysteme, war darin sehr erfolgreich. Aber wo der Mac kam, ging das natürlich alles vorbei, weil eine Satzeingabestation kostete damals so 50.000, 60.000 Euro. Und dann musste man noch einen Belichter kaufen und was weiß ich. Und unter eine vierte Million gab es eigentlich nichts. Und ja, dann kam der Mac, der kostete damals 10.000 oder 12.000. Und dann hat man einen 19-Zo-Graustufenmonitor gehabt von 8.000 dazu. Und dann kam unter LaserWriter 2 NTX, glaube ich, für weitere 12.000. Und das war ja natürlich nur ein Zehntel in der Summe von dem, was man da im professionellen Fotosatz ausgegeben hat. Ja, ich wollte da also weg und ich hatte einen Termin gemacht mit Monotype, damals nur noch in London. Also das war nicht so groß wie jetzt, um mich zu bewerben. Und ich hatte das Ticket gekauft und dann ging das Telefon. Und dann hing die Firma UBW dran. Und die haben gesagt, ja, also Herr Pohl, wir bekommen das so ein bisschen mit. Sie fühlen sich da bei der Firma, ich kenne mich nicht mehr so wohl. Und wenn Sie wollen, dann kommen Sie doch zu uns. Ja, ich bin noch nach London gewesen. Das war interessant. Ich hätte damals für Microsoft die Times überarbeiten können. Oder solche Sachen. Oder aus der Helvetika die Areal basteln und solche Aufgaben. Ja, es wäre sicherlich ein sehr interessantes Feld gewesen. Das muss man schon sagen. Aber ja, ich bin dann gerne in Hamburg geblieben und landete dann in dieser Firma in Poppenbüttel. Da sind die Firmengebäude auf wenig repräsentative Weise von hinten fotografiert. Mit dem Golf Prolo und so im Vordergrund. Ja. Aber es war ein echt netter Laden. Das waren die Geschäftsführer. Links ist Peter Caro. Peter Caro ist der Erfinder der digitalen Schrift. Das wissen heute nicht viele. Die meisten Leute denken heutzutage, es gab irgendwann mal so etwas wie Bleisatz. Und das war kompliziert. Und dann kamen Apple und Adobe und dann wurde alles digitalisiert. Also, dass da noch so ungefähr 50 Jahre Technologie zwischenliegt. Von Fotosatz auf digitaler Satz, auf CRT-Belichter, Laserbelichter. Es gab ungefähr 20, 30 Firmen, die Fotosatz-Systeme gemacht haben. Die haben alle Schriften digitalisiert. Und Postscript gab es noch gar nicht. Und das System, womit fast alle gearbeitet haben, war Ikerus und Peter Caro ist der Erfinder. Man konnte damals große Zeichnungen machen. Die musste man nicht mehr schwarz machen, so wie für den Fotosatz. Es reicht, wenn man die Outline gezeichnet hat. Dann wusste man natürlich nicht so genau, wie es werden würde. Aber als Grafikdesigner hat man, und auch als Schriftentwerfer, hat man damals viel weiter vorausgedacht. Also man hat eigentlich mit Skizzen, man brauchte eigentlich nur Skizzen machen. Man wusste eigentlich schon, was man später in der Reinzeichnung machen musste, damit das Produkt auch am Ende funktioniert. Also im Voraus, Denken, Planung, war damals viel angesagter als heute. Ja, man konnte eine Outline-Zeichnung machen, die konnte man markieren. Und mit diesem Digitizer konnte man die Pünktchen eingeben. Und dann entstand so eine Bildschirmzeichnung wie links. Und ja, mit so wenig Punkten konnte man dann auf einmal eine Kontur beschreiben. Und weil es eine Kontur ist, konnte man die natürlich auch skalieren und verzerren und korrigieren. Und man konnte daraus die verschiedenen Maschinenformate für die verschiedenen Fotosatzsysteme berechnen. Das war so eine Grundform für alles. Ja, wir haben damals sehr viele Schriften digitalisiert. Die wurden dann weltweit an die Fotosatzmaschinenhersteller verkauft. Ja, das konnte natürlich nicht ewig so weitergehen, weil es kein Postgips gab. Jeder konnte auf einmal mit dem Mac selber die Schriften digitalisieren. Und dann überaus schossen die kleinen Foundries aus dem Boden. Ja, es sah dann auch irgendwann mal so aus, als ob es mit der Firma UW nicht mehr weitergehen würde. Sie gibt es heute immer noch, aber in einer neu durchgestatteten Version. Die Firma war zwischendurch einmal pleite. Wir waren 200 Mitarbeiter. Ja, in der zweiten Entlastungswelle war ich dran. Oder in der dritten, weiß ich nicht mehr, die Entlastungswelle danach haben sie nicht mehr geschafft. Und dann stand Achaz Reus auch draußen. Was? Du hast das Licht ausgemacht. Ja, so ungefähr war das. Und naja, ich habe mich wieder erneut um einen Job gekümmert. Ich habe mich dann bei Microsoft beworben. Auch über Kontakte, die wir bei UW hatten. Und ja, anschließend war ich auf dem ATP-Kongress in San Francisco. Das war 1994. So September, Oktober. Oktober war es. Und ja, ich hatte eigentlich nicht so ein gutes Gefühl bei Microsoft. Und auch Adobe war eine Option. Aber das sind amerikanische Firmen. Und du hast nur zwei Wochen Jahresurlaub. Auch die Leute, die wirklich gut waren, konnten nicht mehr als zwei Wochen weg. Und ja, was macht man dann? Das Weg aus Hamburg. Das hat mich nicht alles so wahnsinnig angesprochen. Und ja, das Kongress war zu Ende. Und ich stehe vor dem Hotel. Und neben mir steht auf einmal Ex-Speakerman. Und Spiekerman sagt zu mir von, ja, hey, Albert, du musst doch auch zum Flughafen, oder? Dann, ja, steig mal ein. Dann teilen wir uns das Taxi. Also wir zum Flughafen. Und dann sagt er mir unterwegs von, hey, Albert, du hast demnächst bestimmt viel Zeit, oder? Sag ich, ja, ja, so sieht es wohl aus. Ich weiß noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich schon. Und naja, der wusste, Eric Spiekerman hat eine Nase für alles. Also wusste er genau, was da los war. Ja, und dann sagt er von, ja, da kommen wir vorbei nach Berlin. Von, ich habe eine Agentur und wir bauen diesen Fundschub, haben wir aufgebaut. Aber wir wollen auch, ja, eigene Schriften. Ich habe da so ein paar Projekte. Da musst du mal gucken, ob da was dabei ist, was du machen kannst. Und ich dachte von, ja, jetzt werde ich die Meta Black-Ey-Talic machen. Irgend so was an eine berühmte Schrift. Und dann kam er mir mit dieser blöden DIN-Geschichte an. Und bis dahin war die DIN der Abschaum aller Schriften. Das gab ja nur Normal und Schmal und das war von irgendwelchen Ingenieuren gemacht. Niemand wusste genau von wem. Und das war auch nicht interessant. Alle haben immer über sie gelästert. Das war ja doof. Und das war eine Schande für Deutschland, dass so eine hässliche Ingenieuren-Kram überall zu sehen ist. Alle Straßenschilder, den öffentlichen Raum, die Verkehrsschilder an der Autobahn. Die meisten Entwerfer haben sich dafür geschämt. So war das. Und dann hat er das aus der Schublade gesagt. Und er hat gesagt, Robert, weißt du was? Also wenn du hieraus eine Familie machst mit fünf Schriftstärken, das wird was. Wenn du reich werden wirst, macht die FF DIN. Ja, und dann hat er mir einen sehr kurzen Termin gesetzt. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Das schaffst du nie. Du musst von Toccova noch lernen. Und das wird ja krisenhaft. Und ja, dann habe ich Achatz Reus angerufen. Den kannte ich als zuverlässiger Partner, weil er immer alles umgesetzt hat, was mir so vorschwebte. Und dann habe ich gesagt, Achatz, wir haben drei Wochen. Und da müssen die zwei Pole stehen und Interpoliert und König und so. Da muss eine Rohversion da sein. Kannst du mir helfen? Also wir wissen, es ist lange her. Ich habe immer gedacht, Achatz hat die Leid gemacht und die Black heute erzählt er mir. Das war unter uns rum. Wir haben das mehr oder weniger zusammen gemacht. Und daraus kam diese Schriftfamilie, die ja dann doch relativ erfolgreich war. Aber am Anfang nicht. Der erste Royalty-Scheck, da kann ich mich noch erinnern, da war 378 Euro, deutsche Mark und 14 Pfennige. Und davon musste ich die Hälfte nachher abgeben. Ja, also ich habe dann gedacht, du kannst das mit Schrift. Also ich habe mich bei verschiedenen Agenturen beworben, mit so einer Mappe mit Logos und Schriftzüge und die DIN drin und die OCRF, die ich gemacht habe. Und eine von diesen Agenturen war die Firma Syndicate. Und wir hatten so ein Gespräch, das war ganz nett. Und dann denkst du, naja, man weiß ja nie. Aber der Markus-Oskar Krenke, der damals war, der hatte so ein Gefühl für Typografie. Und der hat gesagt, ja, wir kommen auf dich zurück. Und naja, das dauerte Monate, 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 nichts passierte. Und ja, meine Frau ist dann, meine jetzige Frau ist dann bei mir eingezogen. Und von dem Geld habe ich dann ein Büro gemietet, sodass das alles ein bisschen professioneller wurde. Und dann sagt sie zu mir, du Albert, wir haben doch immer noch den Spruch auf dem Telefonbeantworter hier. Aber da erzählst du ja immer noch, dass hier das Büro ist. Aber das ist doch unser Zuhause. Wolltest du das nicht mal löschen und sagen, hier wohnen Albert und Birgit, bla bla bla. Und ich sage, naja, man weiß ja nie. Lass das doch bitte mal drauf. Noch nicht alle wissen, dass ich umgezogen bin und so weiter und so fort. Ich ziehe in das neue Büro ein. Eine Woche später geht das Telefon. Ja, hier Markus-Oskar Krenke. Ich habe gehört, du hast jetzt ein Atelier. Hey, ich habe den Spruch auf deinen Telefonbeantworter gehört. Komm doch mal vorbei, weil wir haben neuen Kunden. Und da haben wir einen Plan. Und ich denke, ja, Gott sei Dank, dass ich das nicht gelöscht habe. Der hätte mich nicht mehr gefunden. Es gab ja noch, also den Internetbrowser gab es zwei Jahre. Niemand hatte eine Website. Und wenn, dann konnte man da auch nicht so richtig was finden, glaube ich, damals. Google gab es ja auch noch nicht. Also war schon aller Anfang. Ja, und da sagt es von, ja, hier, wir machen jetzt die Jet-Tankstelle neu. Das ist das alte Logo. Das wäre heutzutage fast wieder modern. Also alle, die so die Default-Design machen, das ist nicht neu. Das ist der Müll von den 90ern. Und ja, die Marketingagentur, die war dabei zu untersuchen, ob das Logo nun zwei Bögen oder ein Bogen haben sollte. Das war so die Phase, wo sie waren. Das wurde dann getestet in den Münkebergstraßen. Welches Logo gefällt ihnen besser? Aber die haben gesagt, na ja, wir haben das mal mit der Geo probiert und dies und das. Aber wir möchten eine Hausschrift haben. Und das war natürlich das Geschenk aus dem Himmel. Den lief damals immer noch nicht so richtig. Und ja, dann habe ich diese Dinge gemacht. Und das Ding steht heute noch. Also das finde ich schon, was, ja, macht mich dann auch immer ein klein bisschen Sturz. Und ihr tankt natürlich jetzt alle Jet, weil das ist Designer-Benzin. Geht ja gar nicht anders. Ja, also das Interessante war, dass bei der Marktforschung, ne, das dauert zu lange. Okay, Zahlen waren ganz wichtig. Jets waren die Tankstellen mit den größten Zahlen, weil die günstig waren. Ja, das ging so eine Zeit lang weiter und dann kam ein weiterer Glücksfall. Irgendwann hatte die Nachbarin Geburtstag und ja, wir sind rüber auf dem gleichen Stockwerk. Und da setzte ich mich hin und dann neben ihrem Mann. Und da kam irgendwann mal noch einer dazu und der sagte, ja, ich bin Jan, ich bin der Bruder von Jonas. Und ich sagte, ja, hallo Jan, was machst du denn so? Was macht man auf Geburtstagsfeier? Ich sagte, ja, ich arbeite bei den Gaswerken. Und ja, das ist ein neuer Job für mich. Ich habe so, da hat sich ja sowas wie Setzer gelernt oder Medienhersteller. Und ich weiß es nicht mehr genau. Und seine Aufgabe bestand darin, die PowerPoint-Präsentation von seinem Chef zu gestalten. Eine ehrenvolle Aufgabe. Und da er da ziemlich fit war, hat er sich so ein bisschen in die Werbung eingearbeitet, in die Kommunikation, die man damals gemacht hat. Es gab noch keinen freien Markt. Also, man musste eigentlich keine Werbung machen. Das war so ein bisschen spielerisch. Wir machen jetzt mal Anzeigen und wir machen jetzt mal eine Broschüre. Aber es hatte nie so richtig ein Verkaufsziel. Weil es war ein Monopol. Und dann erzählte er mir so ein bisschen da. Und dann sagte er von, ja, das Logo, das sieht so schlimm aus. Das müsste mal gereinzeichnet worden. Das konnte der alte Grafiker auch nicht. Und eigentlich müsste alles mal neu. Und weißt du was? Also, ich habe mal überlegt. Eigentlich bräuchte ich sowas wie eine Hausschrift. Aber ich kenne noch niemanden, der mir sowas machen kann. Ja, also, ich dahin und gezeigt. Und daraus entstand dann, ja, wir haben das Logo neu gemacht. Alles super. Und dann kam die Werbeagentur. Die sagten, für mich menschliche Werbe. Und das hat nicht so richtig gepasst zu der schönen Schrift, die wir gemacht haben. Das ist grafisch interessant, aber das strahlt keine menschliche Werbe aus. Also, Diskussion. Und natürlich, alle Rechnungen waren bezahlt. Also, die Hausschrift konnte nicht weg. Und es gab dann, ja, erst gab es so eine Happy People Kampagne. Das ging dann alles noch. Aber dann wurden die Motive frecher. Und wir haben vieles gemacht. Aber letzten Endes kamen wir auf diese Geschichte. Und das passte zwar nicht so gut zu menschlicher Wärme. Aber es passte sehr gut zu den neuen Werbemotiven von damals. Also, eigentlich auch in so einer Art, man macht und tut und weiß eigentlich nicht, wo es hingeht. In so eine konstruierte, grotesk menschliche Wärme einzubauen, ist eigentlich etwas, was nicht geht. Aber irgendwann mal passiert dann was und dann passt es doch. Es gab hier so eine, naja, das erzähle ich jetzt nicht. Wer ist, ne? So, und warum habe ich das jetzt? Ah, ja, natürlich. Also, die DIN, ne, gab es ja eh mal, ne? Aber das lief so vor sich hin. Das brachte dann vielleicht mal so 1.500 im Quartal oder, also, das ist nett, ne? Das ist schon gut. Aber noch nicht, dass man sagt, wow. Und dann passierte auf einmal das im Fernsehen. Gelb, gut, günstig. Yellow Strom. Und das war das Ding. Das haben viele gesehen. Das war so simpel. Und, ja, in der Werbung möchte man natürlich so erfolgreich sein wie die anderen auch. Und dann guckt man, wie die das machen. Und dann versucht man, davon zu lernen. Aber was kann man hier lernen? Was kann man hier lernen? Es gibt die Farben und das Yin-Yang-Zeichen. Kann man vielleicht auch nicht so viel mit anfangen. Aber die Schrift. Also, wenn man es dann nicht weiß, woran es liegt, dann kann man wenigstens das machen. Und das haben alle gemacht. Und seitdem ist das Ding ein Hit. Also, das ist für Deutschland das entscheidende Ding gewesen. Wir haben dann auch gleich die Kondens gemacht. Und die Kursiv dazu. Da wurde dann eine große Familie. Da konnten natürlich auch alle was mit anfangen. Und, ja, das waren es ziemlich... Das sieht aus wie ein Verkehrsschild. So, mehr oder weniger. Dass die Leute haben geglaubt, dass das die Wahrheit ist. Wenn irgendwo steht Hamburg 300 Kilometer, dann sagst du nicht für ja, komm. Das ist nicht so. Das ist einfach wahr. Und diese Idee von dieser staatlichen Mitteilung, Strom ist gelb, konnte Leute wiederholen. Da haben die Leute auf der Straße interviewt, welche Farbe hat Strom. Also, gelb. Unsinn. Aber alle plappern das nach. Ja, es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt hier. Wir wissen natürlich, dass Yellow, das ist jetzt kein Designerstrom. Das ist böse. Also, nicht tun. Ja, dann ist meine Tochter geboren und kam in den Kindergarten und gab den Kindergartenvorstand. Und dann lernt man wieder neue Leute kennen. Und da kam irgendwann mal einer auf mich zu. Der sagte von, ja, weißt du, wir sind aus den Grünen ausgetreten. Das geht nicht gut, weil die wollen bei den Irakkriechen mitmachen oder was es auch immer war. Und deswegen sind wir da weg und wir gründen einen neuen Wählerverband. Noch keine politische Partei. Und wir treten aber an bei den Hamburger Wahlen. Und nun ist es so, dass wir nur eine kleine Truppe sind. Und ich bin dann zu meinem Freund gegangen, der hat eine Werbeagentur. Und ich habe ihm gefragt, kannst du für uns die Wahlbeherbung machen? Da hat er gesagt, ja, ist interessant, aber wie viel Geld hast du dann? Da haben wir gesagt, naja, so 80.000 D-Mark, glaube ich, damals. Und da hat die noch ausgelacht. Also, ja, das ist natürlich auch nicht so viel Geld. Und Albert, du bist doch Grafiker. Was meinst du denn dazu? Ja, also wir waren eine kleine Agentur. Die Gastwerke, die würde es auch nicht ewig geben. Also wir waren sehr froh darüber. Und wir haben dann diese, ja, wie bei den guten alten Zeiten der, oder guten alten Zeiten, die zu Zeiten der RAF, wo nachts noch die wichtigen Mitteilungen auf der Schreibmaschine rausgehauen wurden, dann dann illegal plakatiert. So sollte das aussehen. Deswegen haben wir so eine Schreibmaschinenschrift für die gemacht. Und dann kam dieses Filmchen dazu. Jetzt hoffen wir mal, dass der Ton funktioniert. Also der ganze Weltschmerz ist in diesem Gitarren-Solo drin. Ich glaube, der Ton muss noch ein bisschen lauter, weil nachher kommt noch ein kleiner Beitrag. Ach, ah ja, dann muss ich hier klicken und dann so. Genau, und dann kommt das hier. Lass man da mal eben nachdenken. Genau, ja. Also Filmriss, ein bisschen später. Ja, ich habe irgendwann mal angefangen zu unterrichten an der Mutesius-Kunsthochschule, Schriftgestaltung. Und irgendwann mal ging das Telefon. Ich denke, ja, hier ist die Frau Backhoer. Und ja, ich bin von den Kieler Nachrichten. Und ich würde sie gerne interviewen. Sie sind doch der Dozent, der nach Kiel kommt und etwas über Schriftgestaltung erzählt. Und dann sagt er von, ja, bin ich. Und ja, wir wollen ein Interview mit ihm machen. Ich sage, ja, okay, was denn? Und ich sage, ja, wieso kommen Sie auf mich dann eigentlich? Dann sagt sie von, na ja. Also ich saß am Frühstückstisch. Und ich habe meine Söhne mal gefragt von, Mensch, wo soll ich dann mal drüber schreiben? Und dann haben die gesagt, ja, weißt du, die kennen dann die Jungs von den Nachbarn. Und da wohnen Studenten im Haus. Und dann haben sie die mal gefragt. Ja, aber wo könnte Mama dann mal drüber schreiben? Weiß ja nicht, welche coole Leute in Kiel. Und dann sagt ein von den Studenten von, ja, doch, doch, doch. Da muss sie dann, Herr Pohl, Herr Pohl, der ist ein cooler Typ. Den sollen sie mal interviewen. Ja, also gesagt, getan, interviewt, kam der Fotograf, war alles ganz schick. Und am 6. Dezember erschien das in der Zeitung. Am 7. Dezember ging wieder das Telefon. Von, ja, guten Tag und so. Ja, wir sind vom NDR. Und, ja, schön und so. Ja, wir wollen einen Film über Sie machen. Wir wollen einen kleinen Beitrag über Sie machen für Schleswig-Holstein-Magazin. Und dann habe ich gedacht, ja, in der Zeitung war es das schon. Und die haben ja auch ein paar Sachen nicht richtig geschrieben. Das könntest du jetzt alles schön richtigstellen. Und dann könntest du auch was anderes erzählen. Und dann haben wir uns verabredet. Die kamen dann vorbei in der Schule, um sie anzugucken. So, wie sieht das dann hier aus und schön farbig und so. Und mit den Buchstaben. Und, ja, das war alles ganz toll. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt. Und, ja, und Sie schreiben dann auch so. Und ich sage, ja, das machen wir natürlich auch. Und mittags, auch mit diesen großen Pinseln und mit Kreide auf der Tafel. Ja, und die Studenten schreiben auch. Und, ja, ich sehe das schon vor mir. So schön farbig und dann kann man über den Tisch fahren und so. Und ich sage, ja, aber ich mache ja auch noch andere. Ich mache auch so und so. Ja, dann ging der Blick immer aus dem Fenster. Ich sage, okay, das ist genau das, was in der Zeitung stand, worten Sie einmal auch noch mal im Bewegtbild. Gut, dann haben wir das ein bisschen inszeniert. Die Studenten haben wunderbar mitgearbeitet. Und daraus entstand dieses Filmchen. Ach, nee, hier ist natürlich der Film nicht, ne? Da ist er. Also zum Ende. Also ich atme ein. Ja, und ich atme aus. Fertig. So bekommt man gerade Striche hin. Heute unterrichtet Grafikdesigner Albert Jan Pohl an der Mottesius-Kunsthochschule Typografie. Dabei überschreiben in der Grundschule, so gar nicht sein Ding. Noch in der vierten Klasse musste er in die Förderstunde. Die Buchstaben kamen in mein Leben, wo ich in der Redaktion der Schülerzeitung mitgearbeitet habe. Und da habe ich gemerkt, ja, man kann Seiten gestalten und Layout machen. Und das fand ich spannend. Und ab da ließen ihn die Buchstaben nie wieder los. Nach der Schule ging er fürs Grafikdesign-Studium an die Königliche Akademie nach Den Haag. Aber schnell merkte er, dass er sich am liebsten nur mit Buchstaben beschäftigen wollte. Dann habe ich das Studium sausen lassen und war so ein bisschen der Grafiker von um der Ecke, der Plakate gemacht hat gegen die Pershing-2-Raketen und die Abrüstung und Friedensdemos und so. Und ich habe Kalligrafie-Unterricht gegeben an älteren Damen. Aber das sind ja so alles Sachen, wobei man eigentlich nichts verdient. Aber dann hatte er Glück im Unglück. Er verlor seinen Job, traf aber kurz davor zufällig einen damals viel erfolgreicheren Kollegen. Und der hatte mehrere unerledigte Projekte in der Schublade. Eins davon war die alte Dien-Schrift von 1931, damals von Ingenieuren für Autobahnschilder entwickelt. Sein Kollege sagte, wenn du aus der mal eine richtige Schriftfamilie entwickelst, wirst du reich. Ja, was ich verändert habe, ist, dass die alte Schrift, das ist die hellblaue hier, die ist überall gleich dick. Da sieht es so aus, als ob die Horizontale dicker sind als die Vertikale. Und deswegen macht man in der Schriftgestaltung, das ist in fast allen Schriften so, macht man die Horizontale etwas dünner als die Vertikale hier. Und das sieht man hier an dem kleinen Unterschied. Das ist ungefähr 10 Prozent. Als er sie fertig hatte, passierte fünf Jahre lang erst einmal nichts. Erst als ein großer Stromkonzern die Schrift für seine Werbekampagne benutzte, wurde sie erfolgreich. Das ist die Kampagne für Yellow Strom. Und der Trick ist eigentlich der, dass die Optik von den Verkehrsschildern da genutzt wird. Wenn ich hier Ausfahrt sehe, dann werde ich das nicht anzweifeln. Ausfahrt ist für mich die Ausfahrt. Wenn es hier nach Köln geht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da gelogen wird. Das Erfolgsgeheimnis? Die neue DIN-Schrift sieht der alten Autobahnschilderschrift ähnlich und profitiert von deren Glaubhaftigkeit. Ein Effekt, wichtig für Werbung. Heute zählt seine DIN-Schrift zu den erfolgreichsten Schriftarten überhaupt. Albert-Jan Pohl lebt ähnlich wie ein Musiker von Tantiemen. Jedes Mal, wenn die Schrift irgendwo auf der Welt benutzt wird, bekommt der gebürtige Amsterdamer 20 Prozent der Einnahmen. Schrift ist sein Leben, sagt er. Aber das kann auch manchmal hinderlich sein. Die meisten erwischen sich nach drei, vier Jahren Studium spätestens darin, dass man nicht mehr liest. Die ersten zwei Seiten merken die meisten dann, okay, du hast immer noch nicht angefangen. Du guckst immer noch, welche Schrift ist das? Gefährte das? Ist der Zeit in Abstand groß genug? Ja, man kommt nicht so richtig zum Lesen. Und erst, wenn man so durch vier, fünf, sechs Seiten ist, dann ist man weg. Und dann liest man das Buch und guckt sich endlich nicht mehr die verdammten Buchstaben an. Einen Traum hat er noch. Das Bundesverkehrsministerium ruft an und er dürfte die Autobahnschilder endlich mal schön gestalten. Okay. Ja, wir kommen jetzt zum vorläufigen Ende. Es gibt ja noch einen Beitrag über die Elbphilharmonie. Das ist etwas kürzer als das hier. Wir wollten jetzt hier nicht reinpacken, weil es dann vielleicht zu lange dauert. Viele haben es wahrscheinlich auch schon gesehen. Es ist jetzt Zeit dafür, Fragen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich war sehr davon überrascht, dass meine Schrift irgendwann mal da auftaucht. Ich fand das klasse natürlich. Obwohl die Elbphilharmonie, naja, das war ja nur eine Geschichte. Und Achatz ist auch hier. Der war schon vom Anfang an dabei. Irgendwann mussten Sachen für die Elbphilharmonie gemacht werden, wo sie noch nicht da war. Und der hat noch so eine Broschüre dabei. Das ist eine der allerersten Drucksachen, die überhaupt für die Elbphilharmonie gemacht wurde. Das könnt ihr euch angucken. Es ist das einzige Exemplar, was es noch gibt. Also seid vorsichtig. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und ja, wenn jemand eine Frage hat, dann gerne. Herzlichen Dank, Albert. Ich habe hier ein Mikro. Das würde ich gerne rumreichen für diejenigen, die Fragen haben. Ich würde sagen, wir machen drei, vier Fragen. Danach machen wir sozusagen Schluss. Die, die gehen müssen, auch weil sie ins Büro müssen. Schön, dass ihr da wart. Ich verabschiede euch sozusagen dann schon mal. Und die, die bleiben wollen, gerne noch diesen kurzen Beitrag angucken wollen. Oder die, die bleiben wollen, einfach noch ein Happen Frühstück essen wollen oder sich was auf die Hand mitnehmen wollen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, noch zu bleiben, ein bisschen Klönschnack zu halten, wie man hier in Hamburg so schön sagt. Also, aber jetzt erstmal ein paar Fragen, falls ihr Fragen habt. Ja. Ja, Clemens, ja, hallo. Ich habe auch bei Werner Schneider studiert damals. Und eine große Sache, die ich von ihm gelernt habe, dass man alles, wirklich alles benutzen kann, um damit zu schreiben. Egal, ob das ein Grashalm ist, den ich auf dem Weg finde oder so. Ja. Gibt es einen Tipp, wie wir das in die heutige Computerwelt übernehmen können, wo wir immer nur vor dem Monitor sitzen und nichts anfangen? Oder wird weiter, wenn Schrift entworfen wird, erstmal mit Grashalm und Holzstücken und Pappstücken und irgendwas? Ja, das hängt ein bisschen von der Zielsetzung ab. Also, wenn ich jetzt eine Professur für Schriftgestaltung hätte und ich würde Zeit haben für Einzelbestrahlungen über vier Semester hinweg, dann würde ich, denke ich, auch so experimentelles Schreiben machen, freie Kalligrafie. Aber, ja, ich habe ja nur drei Kurse. Der erste ist Pflicht, also da ist nicht so viel Platz für Experiment. Also, da schreiben wir, aber Breitfeder und keine Grashalme und so. Das ist dann eher eine künstlerische Geschichte. Und Kommunikationsdesign ist angewandte Kunst. Von daher fange ich mit den Grundlagen an. Ich habe dann so einen Wahlpflichtkurs und da machen wir ab und zu auch solche Sachen. Also, tatsächlich bis zu Grashalme und was weiß ich, alles, was man findet. Gerissene Cola-Dosen und so. Oder Kartoffelstempeln und was das Zeug hält. Der Schritt zum Satzschrift ist aber ein etwas größeren. Also, ich glaube nicht, dass es etwas gibt, wo man sagt, ich schreibe das mal mit irgendeinem Instrument und dann ist das eine Satzschrift. Das wird dann, also es ist annähernd möglich, technisch geht das. Aber ich habe natürlich immer ein sehr informelles Ergebnis. Und deswegen ist das Anwendungsgebiet auch relativ beschränkt. Also, sicherlich, es sind aber zwei Enden von einer langen Strecke. Ist das sowas so? Okay. Ja. Gibt es weitere Fragen? Mikro. Ja. Traut sich nicht. Also, dieses Blatt mit ATP Hamburg, das ist von Werner Schneider übrigens. Und Werner Schneider hat ja auch jahrelang daran gearbeitet, eine neue Verkehrsschrift zu machen. So habe ich die DIN kennengelernt. Weil Werner Schneider erzählt hat, von ja, das ist ja hässlich und das muss man anders machen. Und ich zeige ihn mal und der hat mit Günther Gerhard Langer, hat er über Jahre, hat er auch einen Auftrag bekommen, so eine Schrift zu machen. Auch so eine humanistische Grotesque. Und irgendwo hat irgendeine Behörde, das weißt du vielleicht besser als ich, irgendwo haben wir ein Nein gesagt. Das ganze Ding war sozusagen für die Katz. Und aus der Geschichte ist die Dialog entstanden. Und die wurde dann für den Münchner Flughafen benutzt. Und ich glaube, noch ein paar andere Projekte da in der Gegend. Leider hat man dann die Dialog schmaler gemacht. Das ist natürlich das Unsinn. Sollte man nie machen. Also, man kann schmale Schriften machen, aber nicht, wenn es um die Lesbarkeit auf Verkehrsschilder geht. Also, hier in Deutschland müsste einfach eine Redaktion hin. Also, hinter Ober, linksrum, verkehrt, hinter Tüpfingen, sollte man nicht auf Schild schreiben. Sollte man, ja, das ist Unsinn. Da sollte man Tüpfingen schreiben. Man muss es einfach kürzen. In Holland gibt es auch Aude und Niebe Pekela. Und das heißt heutzutage Pekelas. So, fertig. Natürlich, das finde ich doch. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe auch überhaupt keine Zeit, das zu lesen, was da alles gedichtet wird. Aber jeder Oberbürgermeister, da muss einer durchgreifen. Das macht keinen Sinn. Keine schmale Schriften aufschreiben. Nein, 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 nein. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum, sonst habe ich noch eine Frage. Aber ihr habt Vorrang. Okay, sonst vielleicht meine Frage zum Schluss. Ich, die Schriften, die du gezeigt hast, die Glücksfälle, von denen du erzählt hast, die Ereignisse, das sind ja Sachen, die an dich herangetragen wurden. Also sogar die FFDEEN wurde an dich herangetragen. Arbeitest du nur so, dass du Schriften entwickelst, die quasi an dich herangetragen werden? Oder hast du quasi in deiner Schublade einen Riesenstapel von Skizzen, von Ideen mit Schriften, die du so aus dem eigenen Impuls heraus einfach für dich entwickelst? Es gibt auch mehr, ja. Es gibt so drei, vier, die in irgendeiner Phase sind. Ja. Ja, das sicher, ja. Also ich habe sie oft auf, ich bewahre die dann eigentlich auf, weil irgendwo, das ist wie Logos skizzieren. Man hat eine Agentur, man macht Logos, sieben Stück oder dann irgendwann in der Präsentation oder 200 meinetwegen, in der Präsentation bleiben nur drei über. Da fallen zwei weg und es bleibt immer eine über. Und all diese anderen, die warten, die sind ja nicht schlecht. Die warten nur der Kunde, der das Ding haben will. Der ist ja noch nicht da gewesen. Und mit den Schriften ist das auch so. Also ich könnte natürlich sagen, ich schmeiße das mal auf den Markt, MyFunds, bla bla bla. Aber dann bringen die Dinger vielleicht so 100 Euro im Quartal, weil das dann, ja, ist einer von vielen. Also da Aufmerksamkeit zu kriegen, ist heute nicht so einfach. Man kann sich da so ein bisschen einkaufen, damit man gefeatured, als ob irgendwas vom Memo fällt. Aber das dauert alles nicht so lange an. Und wenn man es innerhalb von, sagen wir mal so ein, zwei Jahren Aufmerksamkeit, Vorträge nicht schafft, über eine gewisse Schwelle hinzukommen, dann ist es wieder weg. Und dann lasse ich das lieber liegen und ja, irgendwann kommt jemand, der sagt, ich möchte ungefähr das und das und dann ist es auch schon vielleicht mal da. Und das bringt viel mehr als so bei MyFunds auf dem Scheiterhaufen der Geschichte. Sehr schön. Danke für deine Offenheit, dass du so aus dem Nähkästchen plauderst und aus deinem Leben und aus deiner Erfahrung. Herzlichen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Albert Jan Pohl ist noch ein Augenblick hier. Wir werden den kleinen Beitrag laufen lassen. Wie gesagt, fühlt euch nicht festgenagelt am Stuhl. Wenn ihr los müsst, dann müsst ihr los. Schön, dass ihr da wart. Im Juni sehen wir uns vielleicht wieder. Wir schicken Newsletter rum. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter unterwegs. Da werdet ihr davon erfahren, wann das Datum ist, wer unser Vortragender ist. Und ja, bis dahin, auf Wiedersehen. Der NDR-Beitrag heißt Der Mann hinter der Schrift. Und das fängt da so ein bisschen an von keiner kennt sein Gesicht, aber alle kennen seine Schrift. Ich bin inzwischen so ab und zu meinem Rampenlicht, aber Achatz Reuss hat man eigentlich nie gesehen. Das ist er. Ich bin inzwischen aber auch ein Tor.